was du brauchst um deine seiten einzustimmen ich kenne das als musiker damals musste ich auch andere seiten aufziehen aber die seiten stimmen trotzdem klingt das eierig oder ich fühle mich eierig ist sie abnehmbar ja los macht das so genau ja improvisation das ist unser zweiter vorname aus richtig toll dass er gerett hat eine super tolle stimme und jetzt kommt der profi mauro aus wolfsburg und hamburg das ist eine große liebe ja zwei zwei männer die was von musik verstehen wo hattest du denn den tisch her das ist unser mit kromfüßen der mit kromfüßen ist unser ja den habe ich hinter der wand da stehen gehabt der felix wollte auch noch was spielen hat er gesagt ja super hat er versprochen hat felix versprochen was felix verspricht aus hamburg wo ist moro jetzt eigentlich hin moro moro ich brauche eine cajonne wie das haut da vorne von der gitarre versteht sich genauso gerne moro deine gitarre versteht sich genauso gerne wie meine für mich ist das viel schöner wenn es so läuft als wenn alles nur so abgespult wird ernsthaft muss ich nicht schämen wirklich das ist wie ja w 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 Don't know where it could, but it's all to me I walk alone I walked this empty street, on the boulevard of broken roots Where the city's the only one that I have found And I walk alone